Musik Schöne Grüße aus Nürnberg Ob das jetzt stattfindet, das wissen wir nicht, ob das Konzert stattfindet. Wir hoffen, dass es stattfindet. Wir haben ja nichts dagegen. Es sind tolle Musiker, tolle Gruppen dabei. Also wir hoffen, dass es doch stattfindet. Wieso ist doch die Stadthalle? Die Stadthalle wurde doch gemietet, rechtlich. Mensch, dann könnte ich auch Reino jetzt verklagen. Der hat einen Kamerad gesungen, da haben sie jetzt auch aufgezogen. Also bitte rechts hin, links her. Das ist doch, also Schmarrn, Musik verbindet. Das wissen wir doch. Der eine hört Techno, der eine hört Opern. Das hat jeder seine Geschmacksinn. Sie hören ja auch eine andere Musik. Es geht mir ja auch nicht um die Musik, sondern es geht mir ja auch um die Redner, die hier kommen. Und da wird Klartext geredet, was den deutschen Staat einfach Mist baut. Und die etablierten Parteien jetzt auch langsam nach rechts rücken. Man sieht es ja, Seehofer oder wie sie anderen alle heißen. Ja, in Bayern kriegen wir jetzt eine eigene tolle Grenzarmee mit 1.500 Mann. Warum haben wir das jahrelang nicht gebraucht? Auf einmal brauchen wir sie. Die AfD ist eine rein populistische Partei. Das ist gar nichts. Die ist nicht die Alternative von Deutschland. Die Alternative von Deutschland ist die NPD. Die gibt es seit 1964. Man hat sie zehnmal, tausendmal totgejagt. Und die ist nicht reinzukriegen. Man hat das Parteiverbotverfahren sehr gut überstanden. Sicherlich ein paar Dellen hier, ein paar Dellen da. Aber der Neuaufbau ist da und der wird kommen. Nee, 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 nee. Die AfD hat uns nicht die Themen weggenommen. Und radikalisieren tun wir uns ja auch nicht. Wir waren ja von den Staatsmedien schon immer radikal. Also, wenn Sie mal die Briefe von Frank Franz lesen, dann werden Sie sehen, dass das eben nicht der Fall ist. Und es wird halt in den Medien halt immer ein bisschen stark falsch dargestellt. Es kann sein, dass die Kontakte gehabt haben oder nicht. Das interessiert mich auch nicht. Ich habe viele Freunde, die haben zu anderen Sachen Kontakte. Und ich habe auch Kontakte zu irgendwas anderem. Also, wer wo was Kontakte hat, das interessiert mich nicht. Sondern ich bin hier, um die Redner zu sehen, um zu hören. Wenn Sie klein sind, na klar nicht. Wenn Sie älter sind, Sie wollen sich selber entscheiden. Warum nicht? Das ist derjenige Sache dann. Man muss immer sagen, ein gesunder Menschenverstand ist, ab welchem Alter kann sich das Kind entscheiden. Wir leben in einer Welt, wo viel Hass und Gewalt momentan herrscht. Schauen wir doch mal an. Die Merkel bricht tausendfach, millionenfach den Dublin-3-Vertrag. Wir kriegen ungeschützt oder ungewollt Afrikaner hier in unser Land, die nicht nur arbeiten, sondern auch morden, totschlagen, vergewaltigen. Es sind aber ja nicht nur die Schwarzen, sondern es sind ja auch Deutsche, die das machen können. Aber solche Leute können einfach abgeschoben. Knallhart. Ich bin aus Lettland und bin bei der NPD. Ich glaube, ein stolzeres Land wie Lettland werden Sie bestimmt auf keinem Land der Welt mehr sehen. Sicherlich werde ich froh, wenn meine Tochter oder mein Sohn eine Lettin oder Letten heiratet. Das ist ganz klar. Wenn meine Tochter jetzt einen Schwarzafrikaner heiratet, werde ich das zwar jetzt nicht für gut heißen, aber sie muss es wissen. Sie muss mit ihr leben oder mit ihm leben, nicht ich. Die Stadt hat mehrfach verloren, ganz klar, ganz toll. Die Stadt muss ja, definitiv. Das hatten wir ja damals in Nürnberg mit der AfD auch. Und dann, ja, doch, das wird schon positiv werden, denke ich mal. Wir gehen mit positiven Gedanken dahin und schauen wir mal, was daraus wird. Wenn nicht, werden wir trotzdem einen schönen Tag haben. Meine Tochter spielt Fußball, mein Sohn daddelt bestimmt, meine andere Tochter ist verheiratet. Kennen Sie das Wahlplakat von der CSU von 1992? Da war genau der gleiche Spruch drauf, den wir die ganze Zeit jahrelang benutzen. Der ist dort auch drauf. Also Rassismus dürfen Sie in der NPD jetzt nicht mehr so vorbehalten. Andere sind viel, viel rassistischer. Nehmen Sie mal hier den Beispiel. Ganz einfach mal, gehen Sie mal ins Internet und gehen Sie mal an, Nazis im Bundestag. Dann werden Sie sehen, wie viele ehemalige NS-Größen, NS-Größen sage ich, im Bundestag für etablierte Parteien waren. Gott, was mache ich am 8. November? 9. November, was mache ich da? Fragen Sie mich mal, fragen Sie mich am 7. was ich da mache oder am 8. was ich da mache. Kann ich Ihnen nicht sagen. Feiern werde ich das nicht. Also auf jeden Fall nicht. Sehen Sie eine Verantwortung da drin? Nein, sehe ich nicht. Das war eine andere Zeit. Wollen wir es mal klarstellen. Wenn ich damals gelebt hätte, könnte ich sagen, würde ich da stehen und vielleicht die Hand heben oder nicht? Ich weiß es nicht. Nein, nein, nein. Das ist immer, das wird immer so aufgepauscht. Also wirklich, wenn jetzt einer 18 drauf hat oder was weiß ich was, dann soll er halt 18 drauf haben. Ihr pauscht immer alles auf. Ja, weil es ist doch eindeutig, oder, was damit gemeint ist. Das ist doch eine positive Sicht. Wenn ihm das gefällt, dann soll er das doch machen. Eigentlich sollte man das komplett alles legalisieren und dann jetzt darüber kein Streit mehr. Ist das eine Beleidigung gegen den Opfern des Nationalsozialismus? Wir denken an die Opfer im deutschen Krieg, wo gestorben sind die Soldaten, die Helden. Und deutsche Soldaten sind damals auch gestorben. Und die wollten bestimmt auch nicht in den Krieg. Und es gab Helden im Krieg, die anderen geholfen haben und wurden von den Alliierten verbombt. Nehmen wir mal die Rheinwiesen. Warum berichten Sie nicht darüber, wie da der Aggressor aus den Westalliierten. Sehen wir es doch mal. Der staatliche Straßenbau, der soziale Wohnungsbau. Was ist positiv, oder? Davon zerren wir heute noch von den Krankenassen, die sie heute so sehen. Wissen Sie, wenn früher wurde... Sechs Millionen. Ja, sechs Millionen. Und früher wurden auch Wale getötet für Frauen, die ihr Fingernagellack machen. Da sind etliche Wale gestorben. Was ist jetzt ungerecht und was ist nicht ungerecht? Also wissen Sie, in einer stirbt es einer zu viel. Der Gedenkstein steht hier am Friedhof. 185.000 Letten sind von Russen nach Sibirien verfrachtet worden für nichts. Und wir haben gegen die gekämpft und haben gewonnen. Ja, dieses Aufrechnen, kommen wir da weiter. Aber würden Sie sagen, Sie leiden mit? Sie können mitleiden. Ne, ich kann nicht leiden. Warum soll ich leiden? Das war eine andere Zeit. Ich kann mich nicht rechtfertigen. Nicht rechtfertigen, aber... Ich muss mich auch nicht rechtfertigen. Worum soll ich mitleiden? Das war eine andere Zeit. Ja, damals wurde Jesus Christus gekreuzigt. Ist jeder Christ heute, heult der? Bitte, also... Ich heule deswegen nicht. Ach so. Also, bitte. Ja, äh... Deutschland hat Leid erlitten. Ja, durch die alliierten Westkräfte. Ja, wurde ausgeblutet. Und wurde immer noch ausgeblutet. Und die Nazis, nicht? Ha? Die Nazis, das hat es jetzt mit den Nazis gerade zu tun. Erster Weltkrieg. 1902. Machen wir Erster Weltkrieg. 1945. Was sei ihr Vertrag? Ganz klar. 1933 bis 1945. Was ist damit? Da habe ich nicht gelebt. Waren die Amerikaner denn nicht genauso schlimm? Aber das Hitler war für sie keine Bestie? Nö. Warum soll das eine Bestie gewesen sein? Das waren Österreicher. Das waren Österreicher. Buchenwald-Auschwitz. Noch nicht immer ein Deutscher. Buchenwald-Auschwitz. Die ersten KZ hatten... Oder die Arbeitslager hatten die Engländer. Und die Franzosen. Worum reden sie nicht darüber? Waren sie schon in Buchenwald? Waren sie in Auschwitz? Ja, kenne ich. Und da geht mir kein Harder ab. Das war eine damalige Zeit. Das war leider auch kein Opfer. Das war eine Zeit, die einfach da war. Dafür kann ich aber nichts. Und dafür würde ich auch nicht gerade stehen. Das dann noch zu tolerieren, dass solche Gruppen hier auftreten. Nö, warum toleriere ich das? Nö. Dann zeigen sie mir eine Textpassage, wo das so ist. Googlen kann ich jetzt nicht. Achso, ja, Googlen. Okay. Lassen wir es mal so. Wir sind da gefühlskalt in der Richtung. Nee, nicht gefühlskalt. Wie kommt das eigentlich, dass man da so... Wenn sie mir jetzt von irgendeinem Leid erzählen, dann tut mir das weh. Wenn sie von Lettland erzählen, dann tut mir das weh. Und so tut ihr das weh. Wir haben gekämpft. Wenn sie das nicht einsenken kann, können sie das nicht? Haben sie das nie gelernt? Nee, das geht sich ja auch nichts an. Das ist nicht ihre Zeit. Ich habe Leid erfahren. Glauben sie es, mehr als einmal. Und ich weiß, um was ich rede. Und was damals war, 1933 bis 1945... Ist es vielleicht, dass Sie deswegen so kaputt sind, dass Sie das andere Leid nicht ertragen können? Nee, wissen Sie, es ist einfach nur schlimm, dass man immer nur diese eine Seite sieht und nicht die andere Seite. Haben Sie so viel Leid erfahren, dass Sie anderes Leid nicht mehr dulden können? Wieso Leid dulden? Doch, klar. Drücken Sie es weg? Nee, ich drücke es nicht weg. Das war nur nicht meine Zeit. Sie gehen nach Auschwitz und Sie fühlen gar nicht? Ja, ich gehe genauso in Eisdiele und wenn mir das Eis nicht schmeckt, stecke ich Sinn und sage... Sie vergleichen eine Eisdiele mit Auschwitz? Wenn es mir nicht schmeckt, dann lege ich das Eis weg. Und wenn mir das nicht da... Ich kriege da nichts. Also da sind Leute gestorben. Was soll mir da gefallen? Oder was soll mir da nicht gefallen? Also Sie können das drehen, wie Sie weinen. Aber haben Sie so viel eigenes Leid ertragen, dass Sie dieses Leid nicht akzeptieren können? Was für ein Leid? Das ist doch nicht meine Zeit gewesen. Noch einmal. Haben Sie schon mal vor so einem Ofen gestanden? Ja, und? Ich habe den Ofen nicht angemacht. Habe ich den Ofen berührt? Nein. 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!